ja hallo schön dass ihr wieder reingeschaltet habt und heute gibt es mal wieder mal was besonderes und zwar bin ich immer wieder mal gefragt worden ob es bunker in babenhausen gibt ja und nein es gibt wohl noch einige unterstellungen die existieren in babenhausen um babenhausen am waldrand hinter der kaserne am rand von schafheim und das sind alles so kleine ausläufer von der kleinen siegfriedlinie richtung wildenberg schaffenburg und so die richtung haltertel und da gibt es immer wieder so ein paar kleine ausläufer wohl auch in babenhausen aber man kann hier nicht vom bunker sprechen mehr unterstellungen alte skistände noch und die meisten sind übererdet also man sieht von außen eigentlich gar nicht mehr wo die genau sind einfach nur noch hügel und ich hatte da jahrelang kann ich da recherchiert ich habe extra bücher geholt und hat geschaut wo die positionen sind war meistens dann enttäuscht gewesen dann weil er wirklich nur ein hügel da war aber ich habe noch ein paar zwei sachen gefunden viel gibt es halt nicht mehr zu sehen ich habe euch noch mal auf der urbem expedition seite eine verlinkung gemacht die ist in der video beschreibung da könnt ihr gerne mal reinschauen da sind noch ein paar fläche mehr und ja hat mich wieder gefreut dass ihr reingeschaut habt und wenn ihr mögt sehen wir vielleicht wieder beim nächsten video und dann sage ich schon mal tschüss